Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch dieses schöne Buch kurz vorstellen. Das ist Das Leben ist jetzt, die 30 Tage Glückschallenge vom Verlag Ars Edition. Und ich habe hier zwei Exemplare und diese beiden Exemplare werde ich auch an euch verlosen. Aber erstmal, worum geht es in diesem wunderschönen kleinen Büchlein? Und zwar wird hier gesagt, das Geheimnis eines glücklichen Lebens ist es, im Hier und Jetzt zu leben. Und diese 30 Tage Glückschallenge soll euch so ein bisschen dabei helfen, dorthin zu kommen. Also die Achtsamkeit für den Augenblick zu lernen, zu erfahren. Und soll dabei helfen, sich einfach auf das Wesentliche zu fokussieren. Und man hat jeden Tag eine bewusstseinserweiternde Aufgabe, 30 Tage lang. Und kommt mit diesen Aufgaben jeden Tag, 30 Tage lang, einfach zu neuen Routinen, zu neuen Gewohnheiten, zu neuen Denkweisen. Also gerade am Anfang ist auch vieles dabei, wo man sich dann neue Routinen daraus schaffen kann. Und ich würde einfach mal so wahllos ein paar Sachen vorlesen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was so die verschiedenen Aufgaben sind. Und zwar haben wir hier an Tag 3. Bleibe eine Minute ruhig im Bett, bevor du aufstehst und schenke dir und deinem Körper Aufmerksamkeit. Fühl an dich hinein, wie du auf der Matratze im Bett sitzt oder liegst. Was spürst du? Wie geht es dir? Ja, finde ich eine sehr schöne Übung. Und dann nehmen wir mal einen noch von weiter hinten. Nehmen wir mal die hier. Tag 22. Schreibe mindestens 5 Dinge auf, die du gut kannst. Egal was es ist. Es sind Dinge, die dich besonders machen. Trage den Zettel bei dir und ergänze ihn, wenn dir wieder etwas einfällt. Und ich finde das auch immer so, so schön gestaltet, die einzelnen Tage. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ihr könnt zwei davon, puh, ihr könnt zwei davon gewinnen. Und zwar könnt ihr, wer verlose ich eins hier auf YouTube und das andere verlose ich auf Instagram. Wenn ihr natürlich eure Gewinnchance verdoppeln wollt, dann nehmt ihr einfach hier und auf Instagram teil. Und wir halten das super, super simpel. Wenn ihr eines dieser Bücher gerne gewinnen wollt, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch und schreibt mir einen lieben Kommentar. Fertig aus. Wir machen nicht viel Heckmeck. Und wie gesagt, auf Instagram wird heute auch noch ein Post dazu online gehen. Da könnt ihr dann sehr, sehr gerne auch nochmal teilnehmen. Wie lange die Verlosung läuft und so weiter und so fort, das schreibe ich wie immer unten in die Infobox. Da könnt ihr dann nachlesen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, ganz, ganz viel Glück. Und es ist wirklich eine super süße, super schöne Sache. Finde ich auch sehr schön geeignet, mal so zum Verschenken. So was Kleines, Süßes. Finde ich eine schöne Idee. Also ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall auch unten in der Infobox für all diejenigen, die es vielleicht nicht gewinnen. Die können sich das da nochmal sehr, sehr gerne anschauen. Es kostet übrigens 8 Euro. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Glück bei der Verlosung und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.